So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Ich freue mich ja so total, die ganze Woche ist schon verkackt, seit ich am Dienstag das Gewinnspiel hochgeladen habe. Das war der größte Fehler, denn ich konnte am Dienstag nicht die News rausbringen, die am Dienstag hätten kommen müssen, musste sie auf Mittwoch verschieben. Konnte deswegen nicht am Mittwoch die News rausbringen, die am Mittwoch hätten kommen müssen, musste sie auf Donnerstag verschieben. Kann deshalb nicht am Donnerstag die News rausbringen, die am Donnerstag dran gewesen wären, kann sie aber nicht auf Freitag verschieben, weil da musste ich ja schon von Mittwoch, Raid am Mittwoch am Donnerstag am Freitag hin verschieben, wegen Sören seinem Geburtstag. Dann Samstag ist doch Raid Day, da kannst du auch nichts machen, dann müsstest du jetzt brandaktuelle News für das beste Event des Jahres dir für Sonntag aufheben. Das kann ich nicht tun, also. Ich habe zwar schon die News zum Mankey Sea Day aufgenommen und das hätte eigentlich heute am Donnerstag kommen sollen und in dem Video, wenn ihr das dann am Sonntag seht, denkt ihr, was redet der für ein Putz? Das stimmt doch alles gar nicht, aber ich nehme jetzt das Recht raus, auf meinem eigenen Kanal Stuss zu erzählen und das Halloween-Event vorzuziehen. Denn das wurde gestern Abend angekündigt und ich möchte es jetzt heute am Donnerstag als Video rausbringen, denn Halloween ist für mich die beste Zeit des Jahres. Das war das erste Event damals, was es in Pokémon Go gab. Das ist immer was ganz Besonderes und jedes Jahr freue ich mich auf die Halloween-Zeit, den Halloween-Monat, gerade weil sich das auch immer zwei, drei Wochen erstreckt, im Spiel einiges sich tut. Deswegen Halloween, Halloween, Halloween. Ja, alle machen Halloween-Specials, es gibt besondere Pokémon. Und was sehen wir jetzt hier? Kleine und große Schrecken erwarten euch mit Morbeco und Dünamax Nebulak. Ne, Dünamax Nebulak beim Event Halloween 24 Teil 1 in Pokémon Go. Oh, Morbeco kenne ich ja gar nicht, aber man sieht ja schon, das ist ja voll süß, aber eigentlich auch voll aggro und das kann irgendwie so seine Form wechseln oder so. Oder je nachdem, wenn es eine Attacke macht, wandelt sich das. Also das ist wieder was ganz Spezielles und jetzt kommt es also. Aber wann genau? Genau, Dienstag, der 22. Oktober, 10 Uhr startet das Event und läuft dann erstmal bis Montag, den 28. Oktober, 10 Uhr. Danach startet anschließend wohl direkt Teil 2. Da kommt aber noch ein extra Video, wenn die News dafür da sind. Morbeco gibt sein Debüt. Bald entfesselt Morbeco sein wechselhaftes Gemüt in Pokémon Go und stellt damit das bisherige Kampfsystem auf den Kopf. Bestimmte Pokémon wie Morbeco können jedes Mal, wenn sie eine Lada-Attacke einsetzen während des Kampfes, ihre Form ändern. Diese öffnet euch und eurem Team völlig neue Möglichkeiten. Aber zu Beginn wird Morbeco seine Form nur in Kämpfen gegen Team Go Rocket, sowie in Kämpfen in der Go-Kampf-Liga ändern können. Also in der GBL könnt ihr das nutzen, in Raids jetzt nicht. Was gibt es sonst noch für Kämpfe, weiß ich nicht. Raid-Kämpfe, Arena-Kämpfe. Aber ihr könnt es in der Go-Kampf-Liga nutzen und bei Team Go Rocket. Momentan läuft auch noch die Übernahme, aber wir haben es ja noch nicht, also können wir es auch nicht nutzen. Exklusive Attacke, Aura-Rad, Typ Elektro. In der Papsat-Form beherrscht Morbeco die Lada-Attacke, Aura-Rad mit 100 Schaden. Angriff steigt um eine Stufe. In der Kohldampf-Form beherrscht Morbeco die Lada-Attacke, Aura-Rad Unlicht. Statt Elektro-Unlicht. Auch 100 Schaden, Angriff steigt um eine Stufe. Das ist also gleich. Go-Kampf-Liga. Ab dem Event habt ihr bis zum Ende der Jahreszeit die Chance, Morbeco als Belohnung für abgeschlossene Kampf-Sets in der Go-Kampf-Liga zu begegnen. Das wird mir wahrscheinlich nicht passieren, da ich komplett inaktiv in der GBL bin. Ich mache das nur mal, wenn es eine Top-Lade-TM gibt aus einer Quest, wo man dreimal verlieren muss. Also man darf verlieren. Eigentlich könnte man auch gewinnen. Und ansonsten spiele ich keine GBL mehr. Fehlt mir einfach die Zeit, die Geduld, alles andere. Während des Events ist die Chance, in der Premium-Belohnungsstufe der Kampf-Liga höher Morbeco zu begegnen. Nach dem Event habt ihr ab Rang 16 in beiden Belohnungsstufen die Chance, Morbeco in der Kampf-Liga zu begegnen. In der Premium-Stufe ist die Wahrscheinlichkeit jedoch weiterhin erhöht. Also das ist ein sehr GBL-lastiges Pokémon. Da packen die das auch da rein, da wird es kompliziert. Da freut sich bestimmt der Scheinux, ja. Der ist nämlich auch so ein GBL-Mensch. Dönerkämpfe. Was jetzt für mich interessanter wäre. Dönerkämpfe. Dynamax Nebulak gibt sein Döner-Max-Debüt in Pokémon Go in Dynakämpfen der Stufe 1. Jetzt haben wir sogar alle drei Varianten durch. Die folgenden Pokémon erscheinen in Dönerkämpfen weiterhin Chimpeg, Hoplomemion, aber neu Nebulak Stufe 1. Und natürlich kann es auch shiny sein. Ich bin die ganze Zeit dran, weil es gibt dann auch weiterhin Legios. Als Tarnel da war, habe ich ja Tarnel gemacht. Jetzt wo Legios da ist, mache ich Legios eigentlich. Aber ich frage mich langsam, für was mache ich eigentlich Legios? Eigentlich reicht ja drei Stück. Die drei besten, kurzen Cut machen, aufheben. Und dann hat man Kampf-Pokémon für die Dönerkämpfe. Es muss kein Hunderter sein. Es muss kein Shiny sein. Ich vernachlässige die drei Starter, aber ich habe die anderen drei Starter. Aber Nebulak ist ja dann wieder was ganz Neues, was shiny sein kann. Und ein Kando-Pokémon. Und ich glaube, sobald Nebulak da ist, würde ich dann meine Sachen alle auf Nebulak packen. Um dann auch einen Geist-Pokémon oder Angreifer zu haben. Vor allem, was mir aufgefallen ist, wenn ich Legios 3er-Rates mache, ich kriege immer nur EP und Bälle. Und wenn ich mal ein Hopplo zwischendurch mache, da kriegst du EP, du kriegst Bären, du kriegst Bälle. Manchmal kriegst du Sonderbonbons. Eigentlich kriegst du sehr oft Sonderbonbons. Manchmal kriegst du sogar XL-Sonderbonbons. Das habe ich bei Legios noch nie gehabt. Da kriege ich einfach nur meine Erfahrungspunkte und Bälle zum Fang. Da sind so gut wie nie Belohnungen dabei. Eigentlich müsste es doch da mehr und bessere und größere Belohnungen geben, als in den 1er-Rates. Wenn du einen 3er besiegst, der schwieriger ist, ist aber nicht der Fall. Oder ist das ein Bug? Ist mir noch nie so bewusst geworden. Ich kämpfe weiter einfach Legios 2 am Tag und ein 1er. Aber sehe ich da nicht mehr ein, wenn Nebulak da ist. Event-Boni. Doppelte Fangbonbons. Höhere Chance für Trainer ab Level 31 auf XL. Bonbons mit guten, großartigen oder fabelhaften Würfen. Höhere Chance auf schillernde Nachtara in Raidkämpfen. Und auf wilde, schillernde Zorua. Das ist ja auch wieder so ein Halloween-Pokémon. Was gibt es aber generell als wilde Pokémon? Wir haben Zubat, Weberakt, Kramurx, Traunfugil, Schuppet, Driftlon, Felilu, Quabbel, Weiblich, Zorua, Lichtl. Alle können Shiny sein. Und dann kommt Gruff. Der war letztes Jahr neu. Der kann dieses Jahr noch nicht Shiny sein. Ist aber wieder mit dabei. Mit etwas Glück begegnet ihr auch Zubiris und Absol. Zubiris und Absol haben ja auch beide eine Mega-Entwicklung. Ansonsten, was wäre denn interessant? Kramurx ist eigentlich auch ein cooler Unlicht- oder Flugangreifer. Ja, Lichtl ist auf jeden Fall immer wieder eines der besten, genialsten, coolsten Pokémon. Was im Spiel, gerade auf den Halloween-Maps, auch immer wieder anders dargestellt wird. Weil es ja dann ist ja eine Kerze, die leuchtet. Das ist auf jeden Fall auffällig. Also das wäre jetzt, mein Highlight wäre Lichtl, Lichtl Bonbons sammeln. Dann, Raid-Kämpfe, Raid-Kämpfe Stufe 1. Sneebel, Zubiris, Makabaya, Gala Makabaya. Wem da noch Shinies fehlen, kann er zuschlagen. Kann natürlich auch alles Shiny sein. Ansonsten, Sneebel auch starkes Pokémon. Raids der Stufe 3. Hisui, Tornupto. Das ist ja auch ein Geist. Nach Tara, Adeboom. Adebom. Adebom war auch noch nicht so oft da. Ist aber bisher auch immer nur in Dreier-Rates gewesen. Also wer da das Shiny noch nicht hat, wer da noch was machen möchte, wem der Pokédex-Eintrag fehlt, kann das hier machen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich auch in der Halloween-Zeit, na gut, Döner, Nebulak, Raiden und halt den aktuellen Fünfer, der dann da ist. Ich glaube, Darkrai kommt dann da rein. Geratina ist noch da. Geratina müsste im Teil 1 noch da sein. Und dann müsste Darkrai kommen ab Teil 2 oder so. Die finde ich auf jeden Fall besser als alles, was hier steht. Aber muss man immer gucken, was man braucht, was man kann und wie. Kostenlose befristete Forschung. Zum Beginn des Events, bis zum 3. November, gibt es eine zusätzliche befristete Forschung. Während des Events läuft eine befristete Forschung rund um Krybuk und seine 108 Geister. Das ist gefühlt auch einfach jedes Jahr Krybuk. Krybuk war mal da und alle so, ja, nächstes Jahr, oh, shiny Krybuk, ja. Und seitdem jedes Jahr, ach, es gibt wieder die Krybuk-Forschung. Hm, interessiert mich nicht. So wirkt das immer auf mich dann. Schließt die Forschungsaufgaben ab, um weiteren Halloween-Pokémon wie Krybuk und Mobeko zu begegnen. Super. Was gibt es sonst bei Feldforschungen? Feldforschungsaufgaben mit Zopiris, Zurokeks, Golbit, Sangapu, Mobeko, Mikri, Gruff, mit etwas Glück, Krybuk. Also, die meisten wollten das shiny Krybuk ja aus Feldforschungsaufgaben sich suchen. Damals konnte man nur genau ein Krybuk haben. Manche Leute haben das getauscht, haben dann Hunderter bekommen, waren übelst gut drauf. Mittlerweile gibt es das halt auch vermehrt, gerade zu den Halloween-Zeiten. Zurokeks ist für viele noch interessant, vielleicht für die GBL-Golbit ist als shiny auch richtig cool. Sieht gut aus, ne. Und, ja, weiß ich nicht, Feldforschungsaufgaben werden wahrscheinlich Krybuk wieder am interessantesten. Trotzdem, auch wenn man es schon hundertmal hat. Dann gibt es auch Feldforschungsaufgaben. Da kriegt ihr noch Mega-Energie für Gengar, Hundemont, Zopiris, Banett, Absol. Da gibt es natürlich wieder eine kostenpflichtige, befristete Forschung für 5 US-Dollar. Wenn ihr die Aufgaben abschließt, bekommt ihr dreifache Fangbonbons, Begegnungen mit Event-Pokémon. Darunter auch erstmals die neuen kostümierten Pokémon, die ihr Debüt in Teil 2 des Events geben. Also, das ist im Prinzip wieder nur ein verfrühter Zugriff, weil im zweiten Teil des Events kommen die eh für alle. Ihr könnt aber im ersten Teil die schon abgreifen, wenn ihr euch dieses Ticket kauft. Das ist wie Go-Face, wo man ja auch Sachen dann eher kriegt, als wenn man ohne Ticket spielt und dann erst später rausgerollt wird. Da ist zum Beispiel dabei Froxy mit Hexenhut, sieht man hier unten. Bautz mit Halloween-Zylinder, sieht man hier unten. Dann gibt es Begegnungen mit Event-Pokémon. Darunter Pikachu mit Hexenhut, Krybuk und Morpeko. Ein neuer Avatar-Artikel zum gewählten Pfad. Entweder Morpeko-Einteiler, Papsat-Muster oder das Kohldampf-Muster. Das ist also das Gute und das Böse. Ich würde natürlich das Böse bevorzugen, weil das sieht einfach besser aus, erinnert mich auch immer an Gengar durch das Lila. Die könnt ihr natürlich selber erwerben, die könnt ihr auch an Freunde verschicken. Das könnt ihr also mir auch wieder schenken. Müsst ihr aber nicht, da sind ja nur Pokémon drin, da sind ja keine Raid-Pässe drin, denke ich mal. Spart euer Geld, Neyendik macht halt immer zu viel Umsatz. Zusätzlich gibt es aber noch für 2 US-Dollar noch eine exklusive befristete Forschung. Also, hä, es sind schon 7 US-Dollar. 1x5, 1x2, cool, ich kann rechnen. Da bekommt ihr aus der 2 US-Dollar-Forschung sowieso eine Begegnung mit Pikachu, mit Hexenhut, Wulpix mit Gruselfestkostüm, Gengar mit Gruselfestkostüm, Plinfa mit Halloween-Schabenderkostüm, Driftzeppli mit Halloween-Schabenderkostüm, Froxy mit Hexenhut, Irbis mit Gruselfestkostüm, Bautz mit Halloween-Zylinder. Da sind also vermehrt auch die alten Sachen drin, wie Wulpix, Gengar, Irbis und hier, äh, Driftzeppli, weil die sind ja aus den vergangenen Events, mit dem vergangenen Kostüm. 2 Dollar könnt ihr also die alten Sachen euch nochmal rausholen. Für 5 Dollar kriegt ihr spezifisch die aktuellen, also wer da noch nichts hat, ist eigentlich auch nicht wichtig für mich, deswegen ist es wurscht, aber holt ihr euch das, schreibt es mal rein. Generell gibt es neue Avatar-Artikel, ihr könnt euch nämlich auch im In-Game-Shop hier ein Halloween-Gewand holen, was man auf dem rechten Bild sieht, ein Fleck-Noil-Zylinder, der den auf dem Kopf hat, da. Achso, ja, Fleck-Noil mit der Schweinenase, jetzt erkenne ich da das Muster. Und hier sieht man auch diese zwei Einteiler von Mopeco, das Papsat-Muster ist, denke ich mal, das Linke, was eher an Pikachu erinnert, und das Kohldampf-Muster, was an Gengar erinnert, weil das dann eben so lila ist. Wenn ich sowieso also eine Fahrt hätte mit einem Ticket und muss mich entscheiden, würde ich auf jeden Fall den mit dem lilanen Overall wählen. Farbenfrohes Fest. Natürlich wird auch wieder die Hintergründe bei den Pokémon-Begegnungen angepasst. Die Pokestops werden verkleidet, die Arenen in farbenfrohe Halloween-Deko gehüllt. Das ist ja auch jedes Jahr so. Es gibt wieder unsere Lavandia-Musik als Remix, also immer mit Musik spielen und die Leute nerven. Es gibt Showcases, sicherlich mit Geist-Pokémon, mit Event-Pokémon. Dann gibt es noch ein großes Halloween-Update im Web-Store, wo ihr für 5 US-Dollar, für 40 US-Dollar oder für 100 US-Dollar bestimmte Sachen erwerben könnt, aber da möchte ich einfach gar nicht drauf eingehen. Also ich bin gespannt, wie das wird mit Mopeco, wie das ist, wer das erste 100er Mopeco dann fängt. Und dann freue ich mich eigentlich auf, weiß ich nicht, so blöd es klingt, ich freue mich mittlerweile richtig immer auf neue Dynamax-Raids-Kämpfe, weil ich kann meinen einen täglichen Pass machen und dann ist immer Feierabend, aber durch die Dönerkämpfe kann ich drei zusätzliche Raids pro Tag machen. Und selbst wenn da gar nichts bei rumkommt, das einfach zu machen, fühlt sich für mich trotzdem gut an. Was sind eure Ziele? Worauf habt ihr Bock? Freut ihr euch auf Teil 1 vom Halloween-Event? Dann schreibt es mir in die Kommentare und wundert euch nicht, wenn irgendwann das Menki-Video kommt, das wäre eigentlich heute am Donnerstag gekommen, jetzt kommt es halt nicht heute am Donnerstag, jetzt kommt es irgendwann. Und deswegen, Peace out for out, euer Ramses und werdet ihr euch alle Tickets holen, schreibt es rein und ciao. Oh.